Guten Tag, hier haben wir den Guzua wieder und er spielt wieder eine Runde Crash Royale, genau. Wir spielen eine Runde Clash Royale. Ja... Nee, erstmal wollen wir gucken, ob wir irgendwas spenden können. Nein, können wir leider nicht. Und jetzt fängt der Sound wieder an zu laggen. Finde ich kacke. Finde ich absolut nicht gut. Ich habe mein Device schon dafür neu gestartet, beziehungsweise halt den Rechner. Aber egal. Ich mache es mal ein bisschen leiser. So. Mir wurde gesagt, ich soll doch eventuell die Kobolde, beziehungsweise eventuell die Bogenschützen gegen den Bomber tauschen, weil der wohl so übelst splasht. Machen wir mal. Erstmal verbessern wir den. Oh, bitte, ey. Mit dem Sound geht gar nicht. Alter, ultra daneben. Echt ohne Witz. Das ist... Ich hoffe, das ist nur bei euch so. Ansonsten nehme ich den raus. Ich glaube, ich nehme den Sound raus. Das ist es mir echt nicht wert. Nicht, dass ich dann da sitze und dann die Aufnahme deswegen total für den Hintern ist. Darauf habe ich absolut keinen Bock. Ähm, ich überlege gerade, ich werde den gegen die Sperrkobolde verwenden. Dann habt ihr jetzt leider keinen Sound. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Und dann passt das. Wie gesagt, Clash of Clans habe ich ja auch immer ohne Sound aufgenommen. So, gucken wir mal. Können wir noch was spenden? Wir gucken, wie mein Deck ist. Ja, mit 1600, denke ich mal, ist dein Deck gar nicht so verkehrt. Äh, und ich würde gerne noch eine Kiste hier öffnen. Machen wir mal hier. Chest Opening. So, Lakaien. Ja, Sklette. Ja, vollkommen egal. Und wir haben es, ja, relativ spät am Abend. Wir haben es jetzt schon irgendwie, was weiß ich, kurz vor 20 Uhr. Genau. Somit haue ich jetzt einfach dann eine 12 Uhr, also eine 12 Stunden Kiste raus. Und gucken wir mal, was wir hier reißen können. Ah, es ist echt schade mit dem Sound. Aber so ist es halt. Jo, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist ein guter Anfang hier. Genau, Junge. Und dann hauen wir den raus. Ich weiß, andere sagen jetzt natürlich, oh, wie kannst du nur? Du hättest doch eigentlich eine Lufttruppe sozusagen nehmen müssen. Aber ich denke mir einfach, ja, ich probiere das halt mal auf die harte Tour. Aber ich meine, der Ballon, der ist halt echt richtig krank. Also von einer Def-mäßigkeit ist das schon echt richtig unnormal. Aber sein Turm ist genauso weg wie meiner. Jetzt gucke ich mal, was der Bomber hier so reißen kann. Das ist ja jetzt mal ganz interessant für mich. Alter was, Pekka lebt noch, Riese lebt noch. Alter Verwalter. Er kriegt mal richtig auf den Po, Junge. Und das war's. Es ist wieder mal, wie man bei CoC sagen würde, ein 3-Star. Jo. Das ist natürlich extrem nice. Kannst du mich schlagen? Ich hau jetzt auch nochmal raus. Ich will jetzt nochmal. Aber ich hoffe mal nicht, dass ich hier jetzt gegen den übelsten Basher antreten muss. Sondern, dass ich jemanden finde, der hier halbwegs meinem Level entspricht. Ja, war klar, war klar. Level 7, natürlich. Ja, viel Glück, Dankeschön. So eine Scheiße hier. So. Pekka hauen wir mal hinten raus. Genauso wie den Riese. Jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, da drauf zu reagieren und auf der anderen Seite zu sitzen. Musketieren. Hauen wir mal rein. Ja, okay. Der Pekka ist verloren. Ganz klare Nummer hier. Ganz, ganz klare Nummer. Äh, jo. Hauen wir mal hier. Ich wollte jetzt halt einfach wirklich die Bogenschützen halt einfach mal weg haben. Nur einfach, dass die schon mal weg sind. So, jetzt warte ich einfach. Jetzt warte ich halt Hardcore-mäßig. Weil die Tesla ist nicht lange da. Die, äh, geht dann irgendwann selber halt kaputt. Warum soll ich mir da, wer weiß, wie den Harten machen? Und jetzt gucken wir mal. Ja genau, freest da noch meine Truppen, Junge. Warum nicht noch mehr? So. Warten. Und jetzt starten. Dass die Barbaren natürlich schön abgehalten werden. Gucken wir mal, ob das so klappt. Ja genau. Und schön. Hier, hier. Na, was wird das hier? Schön mit dem Bomber. Komm, 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 Bomber. Bäm, Junge. Bäm. Ja, okay. Doch, 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 doch. Also mit dem Bomber ist auf jeden Fall eine gute Alternative gewesen zu den Sperrkobolden. Auf jeden Fall. Hier, Prinz mal gleich hier an den Start bringen. Ah, schade, er hat die... Aber obwohl, der Prinz war gleich da, zum Deffen läuft. Bäm. Genau, Alter, ich könnte dir mal bitte beide Beine ausreißen. Ja, ups, mh, am Arsch ist der... Alter, ja, ja, ups. Wie er einfach mal ups schreibt, Alter. Hm. Hab schon verstanden, Junge. Komm, Riese. Ja, bloß er wird jetzt auch hardcore-mäßig rangehen hier. Er will jetzt natürlich auch richtig Boden gut machen, denke ich mal. Genau, jetzt kommt er mit dem Hog Rider. Ja, genau, naja, der Freeze, es ist halt ganz klar. Ich meine, er ist halt mir gegenüber richtig hardcore überlegen. Ganz klare Nummer. Brauchen wir uns nichts vormachen. Riese. Pekka. Ah, ja, okay, das war's halt. Pekka rennt nochmal zurück. Ah, ja, okay, zack, das war's. Ja, er hat halt schon ein bisschen... Ja, genau zur richtigen Zeit halt, da hat er die Tür zugemacht und das war's dann auch. So. Bazinga. Frag du dann an... Ach, ah, okay. Ah, es geht um ein Spiel. Ja, klar, das kriegen wir natürlich hin. 1.200 Pokale. Ja, ja, du mich auch. So. Prints. Riese. Alter, den Pekka habe ich noch nie gesehen. Alter, das ist dieser Mega-Pekka, glaube ich. Ja, genau. Herzlichen Dank. Komm, komm, komm. Pekka gleich nochmal hinterher. Kein Plan, ob das gut läuft hier oder nicht. Aber ich habe den Pekka erstmal abgewehrt. Das ist ja schon mal etwas. So, jetzt muss ich hier natürlich richtig, richtig hart rangehen. Ich muss ja wirklich schon mal sagen, also Laune macht das ja auf jeden Fall. Also, ich dachte ja am Anfang wirklich so, naja, 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 aber Laune macht das ja auf jeden Fall. So, jetzt habe ich wieder die Möglichkeit halt eben zu bauen. Aber ich lasse das halt wirklich. Und mit dem Bomber war eine gute Idee von euch. Also, das scheint echt richtig zu laufen hier. Ich glaube, er hat schon komplett voll. Und zwar nicht die Hose. Zack, zack. Ah, der Prinz war jetzt ein bisschen Quatsch. Weil der ist jetzt zu schnell. Aber das ist natürlich geil. Wenn die jetzt, alter Verwalter, das ging ja mal richtig in der Face. So, jetzt gucken wir mal. Ich darf natürlich den Pekka nicht zu dicht ranlassen. Weil ich glaube mal, der wird mir richtig in den Hintern wehtun und so weiter. Ja. Yo, Leute. Obwohl, also da hätte ich, ganz ehrlich, jetzt muss ich da mal sagen. Da hätte ich mir noch ein bisschen krasser was von erwartet. So, ich, ich däffe den jetzt mal. Ja, klar. Ist logisch. Ich meine, ich würde mir auch den Punkt suchen, der schon aufgeknackt ist. Das ist ganz klar. Also, da kann man ihm auch gar keinen, äh, Strick draus drehen, beziehungsweise irgendwie böse sein oder sowas. Weil, ist klar. Ich meine, du schlägst halt darauf, wo es wehtut. Das ist ja wohl mal ganz klar. So, zack. Ja, okay, zack, bumm. Ende auf jeden Fall. Aber, ich würde einfach mal sagen, das gab schon schlechtere Runden hier. Auf jeden Fall. Ah. So, Pekka. Hier, der Bomber? Das müsste da jetzt richtig splashen. Läuft. Der war richtig gut. Okay. War auf jeden Fall eine nice Nummer mit dem Bomber. Also, Bomber auf jeden Fall richtig geil. Das heißt, also, ich gucke jetzt noch mal in mein Deck rein. Das scheint echt gut zu sein. Jetzt bin ich zwar 0,2 schlechter. Weil ich ja zuvor, äh, die Kobolde mit 2 LX hier hatte. Und jetzt mit 3. Ich überlege gerade, ob ich was wegnehme. Bloß den Riese möchte ich auf jeden Fall behalten. Auf jeden Fall. Pekka auch. Weil der halt wirklich, äh, schlägt halt richtig gut zu. Nee. Das lasse ich alles. Das lasse ich alles. Da bin ich eigentlich mit zufrieden. Ich würde gern einfach, just for fun, nochmal einen normalen. Auch wenn ich jetzt keine Truhe gewinnen kann. Ich würde trotzdem gerne nochmal hier ein bisschen upstylen. Sehr gut, dass ich vom Deck her jetzt so ausschaue. Und ich lasse mir den Prinz. Den lasse ich. Den haue ich noch nicht raus. Ich bin gespannt, was er nimmt. Okay. Ja, das ist chillig. Sag ich jetzt mal. Das tut mir nicht weh. Das tut mir gar nicht weh. Ich habe noch. Ja, das ist glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt sagt, ach komm, man lässt sich halt wirklich das Elixier. Und hat dann wirklich die Möglichkeit zu sagen, komm, ich kann halt wirklich nochmal mit und, oh, alter Bomber ist geil. Bomber ist auf jeden Fall geil. So, jetzt muss ich, dass ich die, das kleine Päckerchen hier, die kleine Nudel hier so ein bisschen aufhalte. Boogies. Ja, läuft. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt wäre natürlich bei der Hexe der Bomber richtig gut. Ich glaube, das, oh, nice. Alter Verwalter. Ey, ich liebe den Bomber. Ich liebe ihn. So, jetzt nicht den Päcker nutzen. Musketieren ran. Gleich weg abschussen. Abschussen vor allen Dingen. Ja, hier kann jetzt Päcker zeigen, was abgeht. Komm, komm, komm. Yo, kill den Riese. Einwandfrei. Ah, nice. Nice. So, jetzt. Das wäre der nächste Riese eigentlich ziemlich geil. Aber ich warte wieder. Ich warte. Aha, okay. Ich setz mal Luckys dagegen, weil ich denke, dass ich... Oh, okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall aktiv werden. Bomber ran, weil ich ja Flächenschaden brauche. Holy Moly und schön rauf. Ah, nice. Ah, warte ich mal. Hashtag geiler Scheiß. Na komm, Hexe. So. Jetzt bringen wir hier mal ein bisschen Partystimmung rein. Truppenmäßig habe ich auf jeden Fall einen Vorteil jetzt momentan. Hier habe ich gerade richtig den Vorteil. Oh, ich rasiere den gerade. Ah, die Truppen sind jetzt ein bisschen sehr... sehr doof gelaufen, muss ich jetzt echt mal sagen. Die sind richtig doof gelaufen. Aber ich habe ihn einfach mal... rasiert. Sehr geiles Gerät. Plus 29. Und... Das ist natürlich ziemlich geil. Ja, was werde ich als nächstes machen? Ich würde mal denken, dann den Bomber eventuell doch noch verbessern auf... Ah, ich meine, ich bin damit schon Level 5. Na, dann komm. Dann hau mal rein, Kindomi. Du musst es schon annehmen. Ja. 500 Puckis höher. Aber mit dem Warten ist echt eine richtig gute Sache. Und man sieht ja halt auch, dass das halt bei den anderen auch klappt. Also das ist ganz gut eine Abwehr... Ah, sehr gut. Alter, Verwalter. Alter, der Bomber knallt ja richtig rein. Na, dann war das definitiv... Das Problem, was ich die ganze Zeit hatte. Weil ich nämlich die ganze Zeit da stand und dachte mir auch... What the fuck? Ich werde hier so hardcore angegriffen. Ich weiß gar nicht, was los ist bei mir. Und was passiert mit meinen Truppen. Und dann war das halt das Problem oft, dass ich da stand. Und jetzt warte ich natürlich, weil die Zeit läuft ja gegen ihn, weil er seine Tesla bald wieder kaputt geht. Die hält ja nur eine gewisse Zeit. Acht, neun... Klar, ich meine, er kann natürlich dann auch warten. Aha, okay. Dann zeig mal, was du kannst. Geben wir hier gleich mal richtig Gas. Weil wir haben ja wieder Sechser Barbaren. Und dann hauen wir wieder mit Fläche rauf. Sehr gut. Das ist gut, dass die Bombe von mir weg war. Klar, Pekka ist down. Aber lieber habe ich Pekka down, als wenn mein Turm da richtig auf den Sack bekommt. Aha. Wieder ein scheiß Tesla-Turm. Das ist die Frage. Ich glaube, ich gehe links lang. Ja, dann haue ich mal Luckys raus, weil ich den Riese droppen will. Und dann zeitgleich... Ja, dann hauen wir hier Pekka raus. Ah, okay. Er haut da gleich nochmal richtig rauf. Alter, ich glaube, das sieht richtig schlecht aus. Für mich. Da kriege ich jetzt richtig Hardcore rein. Ja, der Prinz ist noch weggerannt. Der konnte sich noch so ein bisschen retten. So, Pekka hinterher. Ja, jetzt bin ich zwar von Truppen her leicht im Voraus, aber das ist Pille-Palle. Das ist nicht wirklich bemerkenswert oder beachtenswert. Gleich wieder ein Riese hinterher. Ich meine, es reicht mir ja schon eigentlich, wenn ich nicht wer weiß, wie auf den Sack bekomme. Das ist ja schon gut genug. Okay, ich habe jetzt hier doch noch einen kassiert. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich meine, er ist Level 6, ich bin Level 5. Da passt das ja. Da ist das ja okay. So, gucken wir mal. Holy moly, let us have a look at this. Hm, nee, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Also, das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Deck, denke ich mal. Das läuft. Das hat mir richtig gut gefallen. Vielen Dank für die Tipps von allen, die mir die Tipps gegeben haben. Und dann würde ich mal sagen, haut ihr mal rein und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.